Willkommen zurück zu Resident Evil 0. Jetzt bin ich wieder dran und ich muss erstmal kurz hier orientieren wieder. Ich hab dir schon die Munition rübergehauen. Ah, danke. Zwischen den Parts. Danke. Ähm... Ich hab nix. Ich sehe es. Du machst den Koffer jetzt noch nicht auf. Wir wissen den Code, er hat nachgeschaut. Weil ich einfach nur bin sicher gemacht habe, ob das wirklich der Koffer ist. Ich weiß aber nicht, wo ich den Code finde. Und bis dahin warten wir noch. Wenn wir das jetzt in Akt 2 nicht finden, den Code, dann werden wir den Koffer wahrscheinlich schon aufmachen. Ah, okay. Da bin ich ja alle durchgegangen. Ich noch? Ja. Okay. Während du nach dem Code geschaut hast. Ich hab einfach so richtig den Koffer... Aber das wirklich das Ding war. Nicht, ob das der Code ist. Äh, ach ja, genau. Das Rätsel. Du kannst auch gerne mal durch die Wassertöne gehen. Weil wir haben ja jetzt einen Schlüssel für die Wassertöne. Es gibt nur einen, glaube ich. Ne, es gab zwei. Es gab zwei blaue Türen. Eine war doch bei den riesigen Tausendfüßler, oder nicht? Nein. Oder waren das die Rittertüren? Ähm, das waren die Rittertüren. Okay. Und dahinter ist ein Weg, wo wir so nicht weiterkommen, weil wir dafür erstmal... Ähm... Ich kenn den zwar an sich, auch wenn ich gerade nicht ausländisch weiß. Ich hab' ihn vergessen. Aber ihr müsst irgendwelche Gegenstände finden, auf dem... Ich kenn ihn zwar, aber ich hab' ihn vergessen. Steht in eurem Dokument hier drin. Ähm... Ist das wieso man desigiert? Ich muss irgendwelche drei Tafeln finden, wo das draufsteht. Eine weiß ich, glaube ich, wo man die findet, aber... Eine weiß ich, glaube ich, wo man die findet, aber... Das ist, glaube ich, nicht so... Also, es dauert noch etwas. Okay. Also, ich probier's mal wieder von schwach zu stark, ansonsten von stark zu schwach. Den umgekehrten Kreislauf des Lebens. Hat Elton John Work in Circle of Life gesungen? Was? Ist jetzt Circle of Life Work von Elton John? Wie kommst du jetzt darauf? Wie im Kreislauf des Lebens. Und ich, dass von Pater Serie gehört habe, dass der Circle of Life Work von Elton John sein soll. Ich bin echt random, oder? Hä? Du hast das Nächste, das ihr gemacht habt, oder? Nein. Schlange, Adler. Ich hab's... Wie hab ich's gemacht? Ich hab's dämlich gemacht, ne? Ich hab zuerst Schlange, Adler, dann Pferd, Jaguar, und dann... Habe ich als letztes den Wolf? Der Wolf ist nicht der Stärk. Nein, ich hab immer Gegensätze gemacht. Ja. Also ich hab mit Schlange und Adler angefangen, dann bin ich auf Pferd gegangen. Auch wenn ich mich so frage, warum der Jaguar hier als stärkst angewendet ist, aber egal. Aber wenn, dann ist es ja wohl Löwe, dann wird Fieger auch noch nicht Jaguar. Ja, aber wenn du sechs Varianten hast, dann... Ey, ey... Ja, jetzt hast du auch mal ein Problem. Fick dich, Billy. Schau mal noch mal das... Also... Drück dann gleich noch mal das X beim Pferd. Ja? Müssen wir, kann's nicht sehen. Was wolltest du denn sehen? Ich wollt schauen, was auf seiner Plakette steht. Warum? Nee, war auch falsch. Da macht was mal so rum. Weil ich glaub, das ist auch so, dass... Derjenige den erlegt, aber... Warum soll das Pferd dann... Und hier den Wolf erlegen? Weil... Pferd... Aber es könnte auch so gemeint sein, dass... Immer zwei Seelen miteinander verbunden sind. Und so die Nahrungskette ist. Also wirklich Adler zur Schlange. Finden wir noch einen Hinweis? In der Regel nicht. Rebecca, hast du deine Regel? Was? Was? Du hast grad gesagt, in der Regel nicht. Deswegen hab ich mich grad gefragt, ob sie ihre Regel hat. Alter, bist du... War es jetzt nötig? Ja. Sechs Seelen, gefestet von den Ketten des Todes... Entfachen sie die Flammen des Lebens mit den Geistern der... Ich probier mal was anderes aus. Ist zwar dämlich, aber wer weiß. Ein Kreislauf wie... Äh... Die Stärke ist. Ich mach einfach zuerst die Angreifer und dann die Schwachen. Ich sag ja, es ist wahrscheinlich dämlich. Oh, mir fällt grad nichts ein. Ich find solche Mechanismen eigentlich auch immer recht interessant. Wie macht man sowas? Also, wie würde so etwas in der echten Welt funktionieren? Äh... Theoretisch, du musst du sowas entfachen. Darunter ist eine Stromkarte, was durch das Entfachen aktiviert wird. Und das geht dann zum Tor als so eine Art... Code. Ding ganz correct. Verstehst du? Was ich meine? Ja, aber dann müsste es ja so irgendwie... Äh... Gemacht sein... Dass wenn... Du das Falsche zuerst aktivierst, dass dann irgendein Regler davor geschoben wird. Ja. Oder Druckplatten-mäßig dann. Aber dann dürfte es ja beim ersten Fehlschlag schon kaputt sein. Ja. Fällt dir noch irgendwas ein? Aber wenn das jetzt klappt, dann... Also einmal ringsrum. Dann ist das auch ein neuer Bärmlech. Ich glaube, wir haben da schon drauf geachtet, was es nicht funktioniert, wenn man das so macht. Wer weiß. So, ich glaube. Also die Schlange ist auf jeden Fall mit dem Adler verbunden. Das weiß ich. Die Schlange schaut aus der Perspektive echt seltsam aus. Aha. Und der Wolf mit dem Hirsch. Aber wie sind die anderen dann untereinander verbunden? Pferd und Jaguar. Ja, ich meine jetzt, was macht der Pferd dann mit dem, zum Beispiel, Hirschen oder Schlange? Ich glaube, das ist das Rätsel für Lösung, dass wir da einen richtigen Kreislauf machen müssen. Das sagen wir mal, die Schlange das unterste ist. Und der kann, oder sag ich mal, die Schlange kann... Ja, aber das Ding ist halt... Ich kann hier alle umbringen. Guck noch mal die Schlange an. Bein und lautlos schleiche ich mich an meine Kupfer ran. Besiege mit meinem Gift selbst den mächtigsten aller Könige. Das heißt, die Schlange kann das letzte ran. Vielleicht deswegen. Es kann auch sein, dass die Schlange mit dem Pferd verbunden ist. Weil, mein Pferd steht ja, dass keine... Ist ja eigentlich der Löwe. Ja. Also du bist nicht zwar. Aber schau dir mal das Pferd an. Da steht ja mit List und so weiter. Ja, List wäre dann ja wahrscheinlich der Jaguar. Bla bla bla, keine... Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Glieder, weil es langes Stand war so ein Glieder. Ja, Bein und lautlos. Ja. Okay, dann probiere ich es mal. Weg mit dir, Becky. Und schau mal den Adler an. Ja, wenn, dann müssen wir alle hin. Freitanz sich durch die Luft und fange Bein und so Beute. Also er ist auf jeden Fall über der Schlange. Weg mit dir, Becky. Ah, wo ist er fährt, ein König? Wie auch, das ist ein Mordmustern. Hirsch, bin ich doch gerade dabei. Ich lage hervor und präsentiere stolz meine Hörner. Fast wie ein König in dem Sinne. Mit Krone. Ja, ja. Schau den Wolf an. Ich bin hier schon dabei. Dann kann man der List besiege ich selbst das größte Gehirn zu. Biest. Und er hat List. Was hast du? Ich jubicke alles. Kein Wesen in Kampen meiner Macht. Also könnte er den Adler in dem Sinne fressen, weil der ja überall hinblickt. Ja, schon, aber... Deswegen frage ich mich auch, warum du direkt angezündet hast. Und nicht erst alle durchgeschaut hast wieder. Weil es ab hier eher so... nicht einzuordnen ist. Also ich glaube, das mit... dass die Schlange wert ist, ist doch nicht richtig. Dass er die Schlange den Hirschen hat. Wegen Krone, wegen Hornkrone. Nein. Ähm... Nein, nein. Der Wolf macht die Gehirnten. Ja, aber der Wolf kann auch mit der List für das Pferd holen. Aber keine List... Das kann auch bedeuten, dass der Pferd überhaupt nicht mit dem Wolf agiert. Also der Jaguar muss auf jeden Fall am Ende stehen. Das sowieso. Okay, dann probieren wir mal zuerst den Gehirnten, oder? Wie haben wir es jetzt eigentlich angezündet? Pferd, Schlange. Adler, Gehirnte. Wolf, Jaguar. Ich würde mir das Ding gerne von oben ansehen können. Ich überlege gerade, ob ich ein Blatt Papier habe. Ja, weil dann könnte ich mir so Pentagram-Kreise und so Zeug nehmen. Achtung. Weil ich glaube, dass ich... Wie heißt das Ding noch mal? Kreis halt. Weißt du, was ich meine? Du meinst einen Schwächenkreislauf? Wolf. Irgendwie. Ja. Okay, fangen. So. Jetzt habe ich einen Kreis gemalt. Ich schreibe hier mal Jaguar. Links vom Jaguar ist dann Schlange. Genau. Hirsch. Hirsch. Adler. Adler. Pferd. Ich habe eine Idee. Huch, das schaut halbwegs logisch aus. Pferd, Schlange, Adler, Wolf. Hirsch, Jaguar. Probier ich mal aus. Der Wolf ist lästig. Äh, Pferd hat ich gesagt. Das ist kein Pferd, das ist ein Pferd. Und ein gegröntes Biest. Das sind diese Sachen, die man recht gut herausgehört hat. Genau, schmeiß die mal weg. Wird die nervt. Ich wollte, dass ich mich noch frei bewegen kann. Schmeiß die mal weg. Was habe ich jetzt gesagt? Ähm. Gute. Okay, Adler. Also wenn das jetzt klappt, dann kann Fullmetal Alchemist. Aber ich glaube es nicht. Warum? Wegen Pentagramm oder wie? Eichen ist ein Transmotationskreis mäßig. Wie verbindest du die gerade? Vom Pferd zur Schlange. Von der Schlange zum Adler. Vom Adler zum Wolf. Vom Wolf zum Hirsch. Vom Wolf zum Jager. Äh, vom Hirsch zum Jager, oder? Und wieder zum Pferd. Ich hab's gerade verkauft. Äh, es hat nicht geklappt. Ja. Das wollte ich nämlich. Aber es wäre geil gewesen, oder? Die Schlange ist beinlos. Ist sie? Die erste Schlange hat 10.000 Beine. Beinlos. Und giftig. Ähm. Was war denn davon? Eine Summe-Katter-Reihenfolge, genau. Ja, gut. Ah, es muss ja dann theoretisch, ähm. Ist alles. Theoretisch. Dann der Schwächste abschließen. Stärkste. Stimmt, der Fels ist das Einzige unter denen, was nicht wirklich kämpfen kann. Schnellste. Der Fels ist nämlich das Einzige nicht drauf hier. Und Hörschuld. Aber er kann zumindest noch mit seinen Hörnern kämpfen. Der Hirsch ist stolz aus seine Hörnern. Was machst du da gerade? Alle Informationen mal so aufschreiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einer fehlt noch. Adler. Äh. Ja. Adler. Überfliegt alles. Alles. Und fängt jedes Beinlose. Umkehrt, was du auch machst. Ich würde sagen, wir machen mal hier kurz einen Cut. Wollte ich auch gerade sagen. Und sehen uns dann wieder, wenn wir es geschafft haben. Bis gleich. So, wir haben es jetzt so irgendwie. Also wir haben es einigermaßen logisch. Mit einem papiervollen Untergrund. Ich habe glaube ich jetzt zehn Seiten. Zehn Seiten gebraucht. Also, es ging los mit dem Hirsch. Genau. Und was ist durch die Netzeit die Begründung? Der Hirsch, bei ihm heißt es, er präsentiert stolz seine Hörner. Genau. Und als nächstes kommt der Wolf. Der hat gesagt, durch seine List kriegt er auch jedes gekrönte Biest. Jups. Dann kommt das Pferd. Weil es hieß, keine List kriegt ihn. Durch seine schnellen Glieder. Dann kommt der Tiger, was wir immer als Jaguar betitelt haben. Eigentlich nur du. Ich habe mir nicht sicher, was das sein soll. Ich habe es irgendwie immer als Jaguar. Da hieß es, er ist der Stärkste. Deswegen war der eigentlich für uns immer am Höchsten. Ja. Die Schlange kam als nächstes und bei ihr hieß es, ihr Gift kann selbst ein König stürzen. In dem Sinne. Boah, die Löwe sein sollte, aber egal. Und dann der Adler, weil er jedes beinlose Viech überfliegt. Hat ja nur 15 Minuten gedauert. Naja, 19 Minuten. 19 Minuten saßen wir am Rätsel selber, im Part. Und dann saßen wir auch noch mal ein bisschen. Warum bin ich noch Billy? Und ich soll es gleich mal zurückholen. Das wäre auch gut, ja. Weil Billy ist fast tot. Nein, das ist eine Flasche. Cool. Aufheben und auf den Boden schmeißen. Dann sehen wir es ja nächstes. Äh, was war das jetzt? Hä? Das heißt, es ist lange gedauert zum Wechsel. Ja, weil du in einem anderen Raum bist. Und wir sind wieder mal voll. Das ist jetzt aber nervig. Ach, Quatsch. Let's go. Ja. Ja. Wir haben sogar noch ein Benzinkanister irgendwo rumliegen. Ich weiß. Erst was ablegen. Das wir so auf die Krache haben. Ich weiß schon. Ein simpler Holzschreibtisch. Die Schubladen wurden durchwühlt. Und auf den Boden geschmissen. Ja. Da, 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 im Kamin. Ja, ja. Ich weiß es aber. Ich dachte, es wäre vielleicht ein Dokument. Vielleicht ist es die Notiz, die wir brauchen. Ich weiß es immer schon nicht. Oder einfach ein... Die können Sie jetzt nicht tragen. Einheit! Ja, das ist eins der Tafel, die wir brauchen für Fortschritt. Mist. Wir haben die Einheit. Wir sind die Einheit. Also das nächste Mal, wenn ich dran bin, werde ich kurz... Also... Eine Tafel mit einem Ritter, das dort eingrabiert. Einheit ist eingrabiert. Ja, schon. Du wirst wieder durchsortieren. Das Inventar. Ich werde hin und herren und das Inventar durchsortieren. Und alles mögliche einsammeln, was es gerade geht. Und im Hauptraum lagern. Du willst ja wirklich einen Part verschwenden. Das mache ich zwischen den Parts. Okay. Und das ist jetzt... Und das ist jetzt... Und das ist jetzt... Und das hat Fukawa zu lösen. Ja. Auch gut. Was auch immer das ist, als Schwarz. Manga. Ich dachte, die mir über die Susten nicht lesen muss. Waha! Waha! Danke, Meli! Waha! 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 Der ist, glaube ich, tot. Was habe ich gesucht? Dokument. Ich sehe es. Ein paar Bücher liegen geöffnet auf dem Schreibtisch. Sie scheinen keinem besonderer Merkmale zu haben. Ja, aber das Dokument, was daneben liegt. Ich habe heute Prozent der Dringer gelesen, komplett. MGMT-Praktikanten. Tagebuch des MGMT-Praktikanten. Woran arbeitet Marcos, der Leiter, bloß die ganze Zeit? Woher rührt sein abartiges Interesse an Egeln? Ich habe anfangs mit dem Engeln gelesen. Vor allem auch immer. Interesse? Manchmal scheint es sehr Liebe zu sein. Angeblich sind diese Egel äußerst gefährlich. Dennis bekam hohes Fieber, als er einen Lieblut... Wer ist denn das? Keine Ahnung. Interessant, dass er mitwohlen oder so heißt. Heute hörte ich es wieder. Ein schreckliches Stöhnen hinter dieser Tür. Wirklich? Hatte ich jetzt wirklich die gleiche Idee? Schlafe in der Hundesoll. Ich halte mich fern. Selbst wenn der Leiter was anderes befehlt, bin ich zu Ende wie Dennis. Der arme Kerl. Dieses ständige Kratzen. Schon allein vom Zusehen juckt es mich überall. Muss abhauen. Aber wie? Dennis weg. Ich gehe. Hunger. Hilfe. Mama. Nicht das Dokument, was wir gesucht haben. Ich weiß nicht, ob das noch ein Dokument zu finden ist. Er lebt noch. Da lebt keiner mehr. Der wackelt noch. Das sehen, du kannst nicht noch lange gehen. Ich weiß. Hier ist ein Spinnennetz. Der wackelt. Vielleicht ist es ein Fehler oder so. Eine Holzkiste. Daran sind verschiedene Apparaten und Geräte. Und das hat mir jetzt was gebracht? Keine Ahnung. Ein separat. Ein spartanisches Bett. Okay. Ein separates Bett. Das sind Stockbetten. Ja, ich probiere es aus. Warum? Er ist da klappen kann. Das ist nicht Metro. Das geht nicht nur in Metro. Das geht auch in anderen Games. Probieren geht über studieren. Und studieren geht über probieren. Was wüsst du jetzt von Billy? Was war denn da nochmal drin? Das war da, wo du gerade dran warst. Also das mit anderen Worten, das hier war echt nur für ein Scheißdokument oder wie? Für ein Dokument und für die Einheit. Stimmt, die Einheit. Ich muss es jetzt durch die Wasser tönen, weil... Ich weiß. Ich kann mich echt gut verlaufen. Ja. Oder genauer gesagt einfach... Wenn wir jetzt auf die alte Steuerung gesetzt hätten, wäre das nicht passiert. Dann wäre ich einfach nur mal weiter gelauncht. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber die alte Zeit alt. Ja, ich kann es mir vorstellen. In einem Raster. Ja, und das ist eben... Na... Hm. Billy scheint leicht angeschlagen zu sein. Ach was. Das ist ein Problem, du wirst ja Billy spielen. Warum lebst du noch? Oder wieder? Weil ich die nicht besiegt habe. Achso. Nein. Im Ernst jetzt? Das müssen wir doch alles wieder spielen, oder? Mhm. Hey, das ist unser erster Tod, dass ein Partner stirbt. Wir hätten kein Erziehungsmal gespeichert. Ich... Psst. Aha. Ich habe noch die Lösung für das Rätsel. Das war jetzt interessant. Hä, wir kommen bei den Parts Anfang von vor einer Stunde. Ja. Das Böse ist immer noch hier. Das war jetzt echt interessant. Jetzt müsste es glaube ich 2-2 stehen, oder? Aha. Du bist einmal selbst gestorben. Bei mir ist ein Partner gestorben, nicht dich. Ja, ich habe doch gesagt. Oh nein, Billy. Was soll dein Problem? Ja. Ja, ich glaube jetzt behalten wir einfach den Part, oder? Dass wir... ...nach spielen können. Vielleicht auch mit weniger Schaden. Ach ja. Ja, das macht mir dann am besten offline. Also offscreen. Ja, ja, klar. Ja, also Leute. Bis in einer Stunde. Ciao. Ciao.